Hallo, Guys! Komm mal A drauf, ne? Was machst'n du eigentlich Meveling? Warum bist du denn die ganze Zeit? Ich muss leveln! Nee, du bist noch 120. Warte! Wir sind aber noch nicht bei Path of Exile Ey! 3! Ach! Woppa! Der Michael hat's nicht verstanden Main, auch einer drin? Gott, ey, ist der schlecht! Ey, 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 ey! Normalerweise darf ich erstmal mal schießen, bevor ich leveln bin Ja, dann schieß doch! Nee, 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 so läuft das hier nicht Ja, die haben einen Kevlar saved Die sind alle A Ja, wenn ihr denn die Bombe gebt, ist kein Wunder Ich hab die doch fast geplantet Wisst ihr mich hier jetzt nicht flamen, nur weil ihr kacke seid, ja? Ja Oh Gott, oh Gott, oh meine Güte Hat er denn noch was down? Kann man doch so scheiße sein? Der Kante Aber guck mal, Joachim Gerner ist dabei Was? Aus dem Buchclub Was? Joe! Was? Oh, scheiße Ich hab mir aus Versehen ne Diegel gekauft Mit Joe nicht Eigentlich mit E hin Das ist ganz fein Oh Ah, da pusht einer Ja Ist ja gesmoked Och, ich werd da einfach durch die Tür weggebracht Das ist 40 VB Stopp Oh Gott 86 Och, ihr habt euch gedacht Wir haben einfach keinen Platz Hoppe, endlich Hoppe, endlich Hoppe Nur Maverick ist cool Ich hab nix gemacht Ha? Egal Bin da reingekommen und dann stand halt einer Taxi again Oh, ich hab jetzt aufgegessen, Mann 002 Wow Ich drehen wir jetzt erst mal noch einen Joint Hehehe Ich hab nen Teebeutel auf meinen Arbeitsvertrag gelegt Der ist jetzt schön befleckt Mal gucken, in welche Richtung er läuft Nach vorne erst mal Oh, die Nate Ah, seht doch mal mit der Glocke Der kommt einfach durch die Volo Ach, was Hier, wir brauchen die Bombe hier Der ist low Ganz hier, sind wir weg Ei, Jungs, Mann, wir sind durch Ich dachte, wir gehen an der Rampe Was ist denn los? EEEEY Ah, 13 Schaden Boah Uiuiuiui Ich hab ne ganz blöde Idee Aber ich machs trotzdem Boah Move it, move it Das Remptill war ganz schön scharf, ey Nein Ich bin auch ziemlich scharf Wolltet ihr nen Boot Club? Fünfzig Appaid Warum gehst du denn dann um? Ja, weil da grad noch gesmoked ist und man gehen kann Aber was? Auf dem Dach und im Lobby Ach, Mann, der geht nicht down Komm vor allem nicht Ach, Mann! Michael, er macht wieder nichts Michael, er macht wieder nichts Wow Alle, ihr seid doch alle von da Du wartest halt jeder runter Ja Oh, genau, weil ich mit der Bombe in eine Richtung geht Du bist doch weggerannt, du scheiß Opfer Ja, ich muss da weg Ich renne mal weg jetzt Da war keiner Ach, Bubble Head Bubble Tee Bubble bei den Head Ach, er rennt weg und dann sagt er Ich hab dich hier gecampt Ja Ja, wir sind in eine Richtung gepusht Und du hast es durch dich zurückgezogen Abbruch nennt man das Geh jetzt auf D Abbruch Durchfall nennt man das Uh Ah Ich hab schon mal den Vent geöffnet Hä? Ich hab den Entry grad geholt Ja Aber das ist alles gut Ach ja, genau Der hackt melden Wallhacking Absinn Warum hat der so nen geilen Regenschirm neben dem Namen Was mit ihm? Wie ist denn sowas her? Ärgerlich Dass ich keinen Regenschirm hab, das ärgert mich Wo ist denn der blaue von uns? Haben wir Prime gesucht? Ja, ich bin mein Ja, ist Prime Da kommt doch kein Brawl von Blau, ey Es ist... 88 und 3 12 AP Da ist der nicht Der war Vents Vents hab ich auch geöffnet Hab ich doch Hab ich doch Wollob ned Der ist aber von dem ganz anderen Dorn gegangen Haben wir euch auch ned helfen, ey Boah Ender, du hast hier 5 Kills, ja? Wir haben alle fast so viel wie du Jetzt reiß' dich mal Die einen sagen so und die anderen so, ja? Ich hab gar nichts gesagt Also was soll ich die einen, die so sagen? Ah, jetzt Max macht wieder die State da hinten und dann rennt ich weg, dann kriegst du's auch Ach ja... Er ist low Und den gewillert hat schon mir die Bombe verloren Ne Glaub ich gar nicht Die weggeschmissen Mach's gut Schieß die nicht ab Stimmt, das war doof, ne? Ach, come on, ey Wie er's weiß Ja, der hackt ja auch Ja, ne? Der hackt Ja, Regrets Du hackst Der hat wohl hackt Safe call Mhm Und was wär... Was? Ah, keine Deckung Da plant' ich die Bombe Die sind vor uns Naja, wenigstens haben wir die Bombe geplantet Naja, wenigstens haben wir die Bombe geplantet Das ist immer gut, wenn wir zusammen die Bombe geplanten Ja Ja, gut gemacht Eigentlich will ich das gar nicht Terroristen unterstützt, ne? Ich weiß nicht Äh, Guys Guy Guys, hello Now Now We have to figure it out Ja, mach ich gerade Cool, letzte Runde, ne? Jetzt zielst Uffzig, hat er noch Genau, jetzt geht Micha hin, dann Woa, 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 woa Hat er noch Wow, 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 wow Wer ist denn Donnerkeks? Ja, der ist krass, man. Der ist heiß und fettig. Geil. Donnerkeks? Ja, TeamSpeak. Ja, Mohamed. Da wohnt auch der Carly. Zwei draußen. Machst tot? Ja. Seht die gar nicht. Ja. Der Gerner. Der Gerner groß. Ah, Gerner. Pumpe einer? Vielleicht zwei? Wo war das? Im Aquarium. Ich hole den, ich hole den. Ah, ist schon da. 助her. Geht hier klippen. Haben. Ja, das hätte auch besser laufen können. Ich dachte, ich habe eine Leiter gehört. Ja, das war mal der Plan, der was durchziehen soll. Guck mal, wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Kids als Micha. Oh, endlich. Micha, du bist so kacke. Ja, ich bin Micha, du suckst. Wenigstens bin ich dann ein scheiß Gebuße der Lämmen. Aber das hat auch bei dem Ende. Ja, du kleiner Wichser. Wieso pusht denn da einer? Oh. Oh. Hier sind aber viele, viele Hindernisse auf dem Dach. Ey, wenn man verliert, ist es so schlecht, wenn man immer noch passiver wird. Ja, du callst aber auch nicht, von wo du stirbst. Ach, du bist zehn Minuten später da, er kann fünf Minuten verschieben. Au. Oh. Oh. War nicht mal knapp. Du hast trotzdem nicht gecallt, wo er war? Ja, weil du nicht in der Reichweite warst, um irgendwas zu hören. Ach, bin mir nicht auf den Sack. Das wurde vorhin von mir ausgesagt. Na ja, weil ich da stand. Um wissen... Ist okay. Guckt euch die schöne Natur hier an. Gibt 17 Spots, die rollen. Da hinten die Bäume. Über uns der Himmel. Ich wusste ja nicht mal, ob er oben oder unten ist, zum Beispiel. Ah, wer stirbt zuerst? Oh, B on side. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Ja. Schön. Durch die Wand. Er liegt an der rechten Ecke. Ja. Die haben alle getötet. Leider haben sie die Bombe defused. 2, 3, 4, 5, 6. Wow. So unmöglich wegen Max. Und wegen mir. Eigentlich wegen jedem. Soweit sind wir lange nicht gekommen, das war gut. Max macht's kaputt. Max macht's kaputt. Und er geht nicht down. 2 HP hat er noch. Ach, das gibt es doch nicht, Mann. Ey, guck mal, der Typ ist gut. Der hat noch 3 Wände angeben. Ja, ja. Kennt man. Kennt man da. Mit der AVE für 1 in 1. 4 Wände oder so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber wir haben nichts verändert an dem 6, 5, 4, 3, 2. Das bleibt jetzt auch so. Dronkelbecher. Dronkelbecher. Puh. Da ist er. Ich glaube er steht rechts. Da aufm Dach. Mann ey. Main low. Ja. Wo werde ich gepusht gleich von B? Main eine. Oh nein auf der Pommes. Ich glaube es sind alle 3 da. Ich sag doch aufm Dach in einer Art. Das hab ich gesagt. Meint, ist down. Ist down. Oh Gott. Nein. Das waren wir hin. Ah Ramp. Komm es steht immer noch. Steht auch. Ah scheiße schlechter Blick. Steht Rampe. Standard. Ich hab wohl drauf. Nein. Okay. Warum habt ihr das eigentlich kaputt gemacht? Ich nicht. Ich hab auch extra nichts gemacht. Aber Stefan und Hull? Glaub ich. Ja aber ich dachte der Hullhut macht jetzt 6 Kills. Ich dachte wir gewinnen einfach runter. Ich bin jetzt halt der einzige am einen Rang obwohl ich der low rank bin. Ich hasse das Spiel. Das ist doch schön. Ja. Endlich wieder was blaues. Schlappe nicht nochmal ey. Ach man. Ach ja. Bei noch onside. War ja guckt der mal dahinten. Ja ich hab halt hoch geguckt weil da auch einer war. Der mischt halt auch nicht. Den hättest du ja noch mitnehmen können ne. Ja auf dem Dach ne. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Ja. Das ist so unfair. Classic Nuke. Der City Map guys. Drei einen Runden oder was? Drei. Vier. Drei. Und dann löst steht einer. Ach na klar. Ach ja. Drei. Der Guck nicht denn nach hinten. Drei. Der weiß ja, wann ich da weg gucke. Ja, sie laufen mir alle rein. Ach man, die hat durch was für ne Wand. Ja, einfach durch die Wand. Ja, die haben da an. Ja, aber dass die es so offensichtlich machen. Ich wurde erst zweimal durch die Wand geholt. Einmal war es eigentlich nur eine Tür. Ich will Bücher haben. Was gibt es da? Komm mit dem Buchclub, mein Jünger. Ja. Ach man, ey, wer stellt sich doch vor mich? Och, genau. Hauptsache vor Max. Vier Punkte in dem Nettchen. Gut, Knob. Oh. Die Punkte sind nicht gut. Die Horizon Case hast du dir auch verdient. Würde ich auch sagen. Ich schlag dich mit dem Betonfaust und du Notensohn gehst No-Out. Krass. Bestimmt. Ich verstehe das nicht. Ist ja jetzt der Bücher-Club. Ja, die Invites kommen noch. Ja? War ein gutes Spiel, oder? Hat er doch gesagt, oder? Achso, ja, ich bin grad auf seinem Profil. War mal eins zum Abgewöhnen. Kann man. Muss man immer mal einstreuen. Puh, kein Rankverlust. Ist eigentlich schade, ne? Kann nicht mal länger sein. Ja, ein Mensch. Die Werknopf